Wir sind hier an den Isatrace, da haben wir jetzt einige Leute eingeladen und jetzt gehen wir eine kleine Runde zusammen fahren. Ich freue mich super und dass es auch von der Outdoor so angeboten wird, finde ich ist eine klasse Sache. Sport generell, dieser Outdoor-Sport vor allem, ist für mich eine Möglichkeit gewesen, um mich einfach auszudrücken. Als uns die ISPO gefragt hat, was wir denn machen könnten an Beanstaltungen, habe ich gesagt, ja so ein Nighthike wäre doch wirklich eine tolle Sache. Geht raus an die frische Luft und belegt euch und die ISPO ist hier genau das Ideale dafür. Solche Events finde ich extrem sinnvoll, weil sie halt einfach wirklich Menschen so die Liebe zur Natur und den richtigen Umgang mit der Natur näher bringt. Am Bikepark Sammerberg finde ich es einfach megacool, da hat jeder seinen Spaß. Ich bin hier bei Globetrotter in Munich, um Leatherman-Tools zu signen, für die, die mich zu signen wollen. Generell geht es einfach darum, vor allem Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren. Servus, ich bin der Beni. Der Dominik und ich haben die Outdoor-Sport-Campfer-Wand-Challenge gewonnen. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und ich würde es auch meinen Freunden empfehlen, dass es ein einzigartiges Erlebnis ist.